Essen machen, ich werde nun. Du gut, viel Essen machen, Spaß. Du bist eigentlich dein Finanzberater, warum fragst du mich das? Ich bin's ja nicht, ne? Ist das ein ekliges Gegnerteam. Ich hab gerade, tut mir leid, dass ich gerade eben so still war, ich hab gerade auf dem zweiten Bildschirm researched, ich hab eine Instagram-DM bekommen mit einem Screenshot, dass das Bild von mir, von der Spiele-Sauce im JPEG-Mafia-Hoodie auf dem offiziellen JPEG-Mafia-Subred gelandet ist, weil Leute sich da gefragt haben, von wo der Hoodie ist, obwohl das offizieller Merch ist, und in den Kommentaren steht einfach, this is the average JPEG-Mafia-Enjoyer. Das war viel zu früh, Lukas, was ist das? Level-2-Gank, der berüchtigte. Ich hab noch nie so einen passiven Jax gesehen. Jep, von wegen passiver Jax. Ja, wir wissen alle, was du machen wolltest. Ach, Mann, und er hat's auch geschafft. Ach, das ist doch scheiße. Das hätte er nicht machen dürfen. Ich hätte mal länger warten müssen. Für den Flash machen sich voll präzise Align. Egal. Flash raus, er ist low, Lane gehört ihm. Level-2-Gang spüre ich gerade auch momentan. Ist halt ein bisschen risky, aber gegen den Shaco ist es, glaube ich, okay. Shaco ist nicht der stärkste Invader. Ich weiß gar nicht, dass man darüber flashen kann. Ja, ist, glaube ich, der schwierigste Flash, den du machen kannst. Also, actually. Ich glaube, früher hieß der, ich weiß nicht, ob er genau so hieß, aber das war Dyrus' Signature-Flash. Dyrus war ja TSM-Top-Laner und er hat den übel oft gemacht. Und ich glaube, selbst in professionellen Ligen gab es übel oft Leute, die hinterher flashen wollten und immer gegen die Wand geflasht sind. Bin aber nicht allzu sicher. Ist ein bisschen her. Okay, ein bisschen weh das Parthing jetzt, aber warum soll ich jetzt so gehen, dass mein Blubuff nicht weg ist? Ist okay. Soll ich eh jetzt nicht, weil ich habe das starke Gefühl, dass hier unten ein Fight gehen wird. Wie sieht es aus? Habe ich damit recht? Nein? Ich bin confused. So, ihr habt aber jetzt immerhin Angst, ne? Das sollte reichen. Angst ist alles, was ich will. Du hast jetzt nur 5 CS-Lead? Ich habe mir mehr versprochen, bin ich ehrlich. Ich muss sagen, ich war echt verblüfft, als das alles so generell was, also Asmongold ist wirklich ein Special Specimen, Special Type of, ah, die, fuck, no, 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 Special Type of Human Being, ey. Was der teilweise geteilt hat, wie der gelebt hat, oder was der so für einen geahnt hat, das ist, das ist, äh, Peak Nerd. Das ist crazy. Ach, lol, das ist Skal, der da gerade weggelaufen ist. So, diesmal hast du keinen Flash, ne? Wundervoll, wundervoll. Wo ist der nächste jetzt? Und Shaco ist auch gestorben. Ach, das ist so gut. Kriege ich vielleicht sogar was dafür? Ein Grumpigen? Geil. Dass Shaco gestorben ist, ist so big. Und Shaco und Early geht halt immer noch mal geiler. Die haben Kasady und die haben Vayne. Ei, und Jax, die scalen super krank, ne? Dann müssen wir das Ding wohl irgendwie schnell beenden, hoffentlich. Der Typ hat die eine Folge von South Park Review gesehen und entschieden, das zu seiner Internetpräsenz zu machen. Das ist die eine Variante, wie man das sehen kann. Die andere ist, die, die Repräsentation ist actually accurate und es gibt solche Menschen und er ist halt nur einer davon, der ein Streamer geworden ist, ne? Komm, jetzt resette doch nicht! So ein frecher Drachiger, wirklich. Wie ist euer Gefühl eigentlich generell momentan? Also, an die auch LOL-Spieler unter euch? Habt ihr diese Season, dass ihr so wie immer seid, so Borger League spielen und Let's Go? Oder ist das bei euch gedämmter im Vergleich zu den Seasons davor? Oder generell zu der Zeit davor? Weil ich hab überraschenderweise, und ich hab das Gefühl, das geht gegen das, was der generelle Trend momentan ist, mehr Lust als den jeden anderen neuen Season einfach mal zu spielen. Kann aber auch an meiner Rank-Platzierung liegen, letzte Season, aber deutlich weniger. Semi-Fun, meh. Ich bin heiß. Okay, und was hältst du von League of Legends? Vor allem Warthunder gespielt, das ist witzig, Warthunder spielt Jan gerade auch voll viel. Scheint auch nochmal so ein Revival zu haben. Bei mir ist es, boah, geil, Spiel 0.1, mein Torvalier steht 0.8, ja gut. Nie so aktiver Spieler, auch eher so Semi-Spieler, komm rein. Okay, Leute, Tryharden fielen, ja? Ja, okay, gut, das ist halt, Anfang der Season ist halt immer ein bisschen Elo verschoben noch, ne? Das heißt, in deiner üblichen Elo kannst du trotzdem Games haben, wo Leute viel besser sind, beziehungsweise auch mehr Tryharden dann, weil die Elo halt noch so ein bisschen verschoben ist von dem Season Reset. Aber natürlich Anfang der Season ist Tryhard immer nochmal extremer, glaube ich, das stimmt wohl. Jako ist da hervorragend. Das klingt doch nach einer Gratis-Shelly. Fun Fact, wusstet ihr, dass das Auge auf dem Rücken, dann wann das wieder aufgeht, das hängt nicht vom Damage ab, den man Shelly macht, sondern von Auto-Attacks, die Shelly abkriegt. Oder zumindest ist das ein überschreibender Faktor. Also es hängt auch von Damage ab, aber Auto-Attacks macht es irgendwie schneller. Wusstet ihr auch nicht. Seitdem ich das weiß, achte ich drauf. Ich bin immer so, oh mein Gott, ich weiß immer genau, wann sie das Auge aufmacht. Einfach das Gefühl, wenn ich genug Auto-Attacks höre. Warte, wir haben gerade einen Midlane-Turret geholt. Jo, hat sie gerade noch geschildet? Wie smart. Das hätte ich jetzt einfach einen Assist gegeben, wenn er da oben gefeiert hat. I am doing the happy, I am doing the leak, everything is fine. Oh, Skaldiff! Skaldiff! Shelly-Auge ist von Autos abhängig, aber ich habe auch mal gehört, dass wenn man mit Q platzen lässt, das nach vier Sekunden automatisch wieder bekommt. Meine Sinnerias hat das rausgefunden. Aha. Das könnte zumindest erklären, warum das so regelmäßig vorkommt für mich. Naja, muss, ne? Muss. Oh Gott, oh Gott. Dieser Satz. Mein Freund hat letztens Starker gespielt, hab kurz überlegt und ihn dann verraten. Äh, kannst du mir bitte die Bedeutung von verraten im Kontext von beziehungstechnischer Schakopickung erklären? Ich bräuchte hier eine Aufschlüsselung. Oh mein. Äh, warte, ich bin jetzt der Einzige hier drin. Ja, my bad, my bad. Das ist doch so dumm. Ich habe irgendwas, irgendwas hat sich an meiner peripheren Vision geändert. Naja, mit peripheren Vision meine ich alles, was links und rechts und über und unter ein Zentimeter von meinem Champion abgeht. Irgendwie vergesse ich immer drauf zu gucken, was da passiert. Ich gehe mal einfach rein. Keine Ahnung, der Engager war von Anfang an cursed. Guck doch mal auf die Minimap. Ich muss sagen, auf die Minimap gucke ich übel viel. Aber sobald es in Fights geht, bin ich halt nur noch auf meinem Champion. Da hat sich irgendwas geändert bei mir. Irgendwas, äh. Oh. Wait. Das ist big. Oh, cool. Oh, das war schon besser. Wie glücklich ich da schon wieder der Ding ins Ult gedodged bin. Der Kasadin Ulti einfach. Oh, der hat mich getroffen, der Charm? Hätte ich wohl einfach gehen sollen. Ja, also in Shako so zu engagen, weiß ich nicht, ob das das Play ist tatsächlich. Lukas, das ist nicht ein Red Trinket. Ehrlich gesagt aber auch besser als ein Red Trinket, jetzt wo ich es so sehe. Das war actually die smarteste Shelly seit langem. Das war eine Giga-Brain-Shelly. Sick. Oh, endlich ist dieser Shako so useless, ey. Es ist zu immer gut, useless Shakos zu sehen. Das ist einfach wie so Balsam. Wir sind hier. Die sind auf 30 Sekunden Cool-Town-Timer und wir sind in deren Base und bleiben einfach hier. Das ist so BM. Aber es war sehr wichtig. Das war tatsächlich wichtig, weil die scannen so dick. Jetzt, ich bin in die dann UTP. Das ist korrekt. Level 2 Gank. Stonks. Erneut. Das mit Nasus zählt nicht. Ja, das lief nicht gut. Wir haben unsere MMR so gut neutralisiert jetzt schon. Das ist so sad. Wir dürfen uns jetzt keine Losing-Streak leisten auf jeden Fall. Wenn wir uns jetzt eine Losing-Streak leisten, dann geht unsere MMR den Bach runter. Und das sind Platin 1 schon wieder, ey. Ich hab mir heute nämlich, weil ich tatsächlich mal wieder einkaufen war mit Jan, hab ich euch ja erzählt. Das ist so besonders, wenn ich das hier schon zu bald mal erzähle. Ich hab mir natürlich eine gute Süßigkeit gekauft. Ich weiß nicht, was ihr euch für Süßigkeiten manchmal kauft. Ich inzwischen recht wenig im Verhältnis, aber ich hab jetzt mal wieder zugegriffen. Und ich hab natürlich auch die Beste wieder, ne? Die allerbeste, die es gibt. Die schmeckt so geil, wirklich. Das ist nicht mehr fair. Was für eine Piematte ist das? Die schmeckt so unfassbar geil, wirklich. Das ist nicht mehr schön. Free Will Juice. Das ist Free Will Juice, ganz genau. Weltkulturerbe. Ich bin schon wieder Doppel. Oberlinie, nee, das hab ich einmal probiert, das hab ich tatsächlich wieder aufgegeben. Wir bleiben einfach so, das ist super. Ich bring die Vanillesoße eben mal kurz wieder. Und Kühlschrank, weil tatsächlich darf man davon nicht zu viel trinken. Die beinhaltet so viel Zucker, das puncht dich so hoch. Ich hab die einmal auf einmal leer gemacht. Mein Körper, mein Körper, den ganzen halben Tag lang so. Wie viel Zucker hat das? 18 Gramm auf 100 Milliliter. Und das sind halt 500 Milliliter. Einiges an vieles, das klingt gesund, ja, oder? Also ich hab grad bestimmt schon das Teufel meines Tagesbedarfs einverleibt. Nur mit diesen zwei Schlücken. Dabei bist du doch schon ein Süßjau, man. Schon wieder, Jax. Falls ich es auf die Games kommt dieses Jahr, verbringe ich dir Vanillesoße nicht mit. Bitte nicht. Bitte nicht. Dabei die schönen Warmen den ganzen Tag im Rucksack bleibt und dann schon gärt, wenn ich abends zurück bin. Das ist eine super Idee. Bitte? Jetzt litt mich zum Spielen von CSGO ein. Hätte ich endlich Lust drauf. Bin jetzt aber in dem Game. Was geht hier im Chat? Draven. Was sehe ich da? Oh, Toplane is free. Level 2, Jax geht all in, ne? Wie eben. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Jetzt nach dem Minion Level 2. Wieso ist der so vorsichtig? Wenn Jax, der auf Level 2 vorsichtig ist, äh. Ach, jetzt. Jetzt. Natürlich. Wo ich nicht mehr da bin. Hast du gewordet, early, sag mal? Jungler Parthen, so komisch, diese Season. Alles, alles, was letzte Season galt über Parthing und Start und alles, ist alles hinfällig. Der Junge hat Red gestartet, hat Wölfe gemacht und das... Ne, was hat der gemacht? Der hat ja nicht mehr Blue. Was hat der gemacht? Ich bin verwirrt. Hat der Red Wölfe Grom Toplane gank gemacht? Oder wie kriege ich mal mit drei Camps Level 3? Wieso habe ich Malfight gepinkt gerade? Wie habe ich gerade Malfight gepinkt? Im Chat steht, dass ich zweimal Malfight gepinkt habe. Hä? Bin ich dumm? Habt ihr das gesehen, was ich gemacht habe? Hab ich draufgeklickt? War das ein Lag? Unbewusstes Flame. Ja, das war wirklich so irgendwie unter... unterschwellig. Keine Ahnung. Toplane wird ein bisschen mies gegankt, ey. Ist aber ein bisschen leid für den. Vor allem, weil ich da momentan noch nicht wieder ändern kann. Außer mit einem... Drake Play jetzt hier. Selbst das ist ein bisschen spät, muss ich sagen. Werde in den Stream selber. Trotzdem hat Master Yi eine hundertprozentige Banrate für mich in Season 13. Das ist in Ordnung meine Black. Tatsächlich darfst du hier zugucken und trotzdem hast du ihn nicht mögen. Das ist in Ordnung. Weil damit, dass du zuguckst, zeigst du mir schon genug, dass du im Herzen eigentlich doch Master Yi magst. Weißt du? Ich glaube, der Lee kommt hier. Ah, Nivea kommt. Deswegen ist der Drake gemoved. Oh! Ja, und da kommt Lee. Tu es. Your mind's telling you no! Ich dachte, man liegt nicht mögen und trotzdem zu sehen. Natürlich. Jetzt aber die Q trifft. Okay, das Anivea da wartet, ich nicht gedacht. Ich meine, ja, ich habe den Pinkboard gekleert, klar, aber warum sollte sie da warten? Ich bin extra weggemoved, solange die Vision noch da war, damit sie denken, dass ich nicht komme. WP, WP, WP! Das ist ja so dumm. Die kommt random über diese Wand und Orlin mich einfach und nicht sterbe, weil ich einfach in ihrer ultralen Stimme alles auf Kulern habe vom Farm. Das ist ja so traurig. Die stirbt. Der sagt mir, dass er die wenigsten Spide holt. Hold your right. Ich warte auf die Boots, dann kann ich ewig lange im Jungle bleiben. Sehr gut. Ne, thementechnisch haben wir keine Beschränkungen in diesem Chat, nur worttechnisch. Und worttechnisch erwähnen wir das absichtlich nicht, weil das führt nur zu Timeout. Jetzt muss ich ihm auch direkt zur Hilfe kommen, weil das andere wäre Verrat. Guck mal, wenn man nicht rechtzeitig war. Junge, er versucht nur Zeit zu schinden irgendwie. Ich habe leider gar nichts hier. Geh woanders hin, Lee. Geh woanders hin. Eine Vögel kannst du haben. Da reicht noch wieder. Alter, das kann nicht sein, dass der schon wieder da oben ist. Nice, let's go. Hallo, Malfight. Nicht Toxic jetzt hier, ne? Toxigness ist nicht cool. Das ist nicht cool, nur weil du Leute beleidigst. Beleidigst. Das hier nicht Sandkasten. Jetzt spawnt der blöde Hexte. Drake auch noch direkt. Naja, aber dafür habe ich die Boots gekauft, dass ich jetzt in den Jungle leben kann. Einfach chillen und junglen. Brown hat das jetzt die Crux noch durch ab. Sind es heavily unfortunate. Aber who cares? Der Stein wird nicht gerollt. Der rollt selber. Überrollen. Okay, alles klar. Kraftausdrücke meinst du? Ob die etwas gegen die Demokratie sind? Nein. Finanziell jetzt erstmal nicht. Aber wenn sie eine böse Intention haben, dann schon. Die Aniwe hätte schon längst einen Tower haben können. In Lück ist sie so unsicher. Sie hat wahrscheinlich keine Vision. Doch Yeetop gepickt. Ja, das war gerade wirklich nah dran an Yeetop. Guck mal, was das auch mit meinem Farm gemacht hat. Er hat da unten die ganze Zeit gefeiert. Ich habe währenddessen Lane-Millions genommen. Er hat schon gut reingeballert, Gold-Wise. 2, 2, 5. Machen auch noch zwei Camps. Dann gehen wir back. Und dann passen wir für einen Drake vielleicht. Mal schauen. Ja, genau. Das ist das Dumme jetzt. Aber jetzt respawn die Crux, während ich nicht mal annähernd in der Nähe bin, weil ich einmal schlecht gefeiert habe. Rampage. On one way. Auf, bitte den richtigen Weg. Dankeschön. Hallo, Nivir. Bitte nicht mich nehmen. Nein, nein, nein. Ah! Da dachte du, du weißt, wo ich rauskomme, war? Aber nicht mit mir. Oh, das wird so ein sahniger Back, ey. Did you see me roggle? Er ist nice roggle. Very nice roggle. Meinung zu KitKat. Sehr, sehr low tier candy bar. Not gonna lie. Sehr schön. Dritter Drachiger. Mögen wir gerne. Ah, Topline ein bisschen problematisch, aber nicht schlimm. Hier meldet übrigens, dass dieser Lee Sinnen gerade im Early-Game einfach 5-1 gegangen ist, während ich 1-2 stand. Und dann schreibt sein Team, dass er gejunglekt wurde eben. Nur wir gießen einen Fight, ey. The pressure. The fucking pressure. Ich will den Walls nicht angreifen, weil dann sehen sie, dass ich hier bin. Oh, du bist da ein bisschen nah. Oi, 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 oi. Ja, ich renne da halt nicht rein als erstes. Das ist nicht mein Shit. Nicht mein Job. Dann machen wir halt einfach hier halt. Ja, ganz ehrlich. Nee, das war eigentlich klar, dass das nächste wird. Ich weiß nicht mal, warum ich es gemacht habe. Sehr schön. Aber ihr macht das, ne? Ist das gefährlich? Nein. Sehr gut, guys. Sehr gut. So, lobe ich mir das. Uh, Anivia, actually gefährlich hier. Die ist denn auch gefährlich. Der wird den einfach smiten jetzt. Beschützt den mit eurem Leben. Let's go. Oh, kriege ich hier noch Gold für meine Pickaxe? Oder vielleicht sogar für Scepter, wenn ihr den Tower macht? Easy. Oh, du hast doch gar kein... Lukas! Wie kann man denn so bad sein? Sie hat doch gerade den Stein geschmissen. Ich weiß durch Q, um den Stun von Anivia zu dodgen, obwohl ich weiß, dass sie den gerade unter den Tower geschmissen hat. Das ist so schlecht. Dann habe ich es auch nicht verdient, da einen Kill zu machen. I guess wir verlieren Baron? We do not... We lose... Okay, what the fuck, guys? You die here. No way, dass sie das gewinnen können. No way, dass sie das gewinnen können. Ja, ganz genau. Also viel Spaß mit eurem Baron, aber bringt euch halt nichts. Wenn ihr alle tot seid. Um den so schnell fertig zu machen, so früh im Game, müssen die halt all ihre Ressourcen auf den Baron fokussen. Und ich war dann basically... Oh, der Drake ist ab. Das habe ich nicht gesehen, leider. Da muss ich hinlaufen, ne? Da muss ich actually hinlaufen, kurz. Hey, Bennett, was ist das für eine absolut taktlose Frage? What the fuck? Du implizierst es, dass das überhaupt auf irgendeiner Ebene ein Problem sein sollte. Was soll sich daran anfühlen? Ich liebe jedes bisschen, was sie macht. Und ich gucke mir alles, was sie anmachen und bin da unfassbar stolz drauf. Das ist ultra geil. Klassische First-Time-Message. Eigentlich schon, ja, aber überraschenderweise keine First-Time-Message. Oh, ich komme. Da grätschen wir rein. Fünf Gold, nehmen wir mit. Oh, okay, nehme ich auch. Wie er mich einfach in sie reinkickt. X-9-Li. War so klar. Kriegen wir den Turm noch, bevor die kommen? Big. Einmal Mana-Region, bitte. Dankeschön. Oh. Ja, das war's für Ari. Ja, was sollen wir da machen? Sollen wir in die Anivia-Ult pushen? Hey, Lukas, fühlt es sich an, morgens aufzumachen zu wissen, du zu sein? Ich weiß, einfach klasse. So, das war die Antwort, lol. Oh, wir haben die halt geaset? Le Mans. Also nicht geaset, aber fast. 208 CS, das steht selten neben meinem Namen. Das steht wirklich selten neben meinem Namen, aber nehme ich gerne. Wer ist hier denn Honor wert? Draymond hat das dick gemacht. Malphights-Jogs waren auch gut, der hat auch gut überstanden, die Top-Lane. Schönes Game, Leute. 14k Damage. Oh Gott, wie schlecht. Einen, toll. os